Musik Das Listen to Villain News Festival mit Summit und Showcase dient dazu, dass sich die Jugend hier mit den AkteurInnen vernetzt. Guten Morgen, wir freuen uns sehr, dass ihr zum Frühschoppen gekommen seid. Wir haben so die ganz große Musikwirtschaft und junge Menschen, die voller Energie und Tatendrang in die Branche wollen. Genau so eine Veranstaltung hätte ich gebraucht. Dass Leute wie wir auf einer Bühne stehen und erklären, was es für Alternative gibt, was es für Wege gibt, die man angehen kann. Und dass man das nicht immer alles schon wissen muss, wenn man aus der Schule rauskommt. Ich bin für Musikwirtschaft in Berlin zuständig. Super vielfältig, super bunt und jeden Tag was Neues. Mir ist ganz wichtig, dass Talente in dieser Stadt eine Chance haben, Musik machen zu können und dass sie in diese Stadt kommen. Musik Wenn wir heute so in die Gesichter von den Jugendlichen reingeguckt haben, dann hatte ich schon das Gefühl, dass wir so einen kleinen Sparkel bei denen ausgelöst haben. Musik Es gab echt interessante Panels. Vor allem, wir haben viele, viele Krill-Leute kennengelernt. Es geht vor allem um diese Community, um das Netzwerk. Musik Das ist einfach eine wahnsinnig geile Veranstaltung, so viele talentierte Menschen auf einem Fleck zu haben. Musik Der Nachwuchs ist die Zukunft und für die müssen wir wahnsinnig viel tun. Musik Und jungen Menschen auch. So ein bisschen die Augen öffnen, dass vieles möglich ist, von dem sie vielleicht noch nicht wissen, dass es möglich ist. Musik Musik Ja, ja, ja.